Bei einem Streit unter Taubenzüchtern im Süden Portugals sind Medienberichten zufolge am Sonntag vier Menschen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen habe einer der Männer, ein etwa 40-Jähriger, drei andere mit einer Schrotflinte erschossen und sich dann das Leben genommen. Was genau den Streit ausgelöst hatte, war zunächst unbekannt. Es habe aber mit der Taubenzucht zu tun gehabt, berichten portugiesische Medien. Untertitelung des ZDF, 2020